In diesem Video zeige ich euch einen Vortrag, den ich bereits im Frühjahr 2018 im Rahmen der SEO Campings gehalten habe. In dem damaligen Workshop habe ich den Teilnehmern gezeigt, wie sie alltägliche Aufgaben vollständig oder zumindest teilweise automatisieren können, selbst wenn sie keine Programmierkenntnisse besitzen. Dieses Konzept möchte ich ab Januar auf meinen YouTube-Kanal übernehmen und möchte dort in kleinen Videos zeigen, wie man auch wirklich ohne große Programmiererfahrung einfache Skripts, einfache Automatisierung für sich selbst entwickeln kann und diese dann natürlich auch in seinem Arbeitsalltag und auch privaten Alltag nutzen kann. Falls ihr während des Videos oder danach irgendwelche Fragen, Anregungen oder Ideen habt, so würde ich mich freuen, wenn ihr diese in den Kommentaren hinterlassen würdet. Und wenn euch das Thema interessiert, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann erfahrt ihr immer, wenn ich ein neues Video veröffentliche und könnt euch dieses direkt anschauen. Nun direkt zum Vortrag Programmieren im Online-Marketing. Ich werde euch primär die Ergebnisse präsentieren, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was man denn alles mit der Technik, die ich einsetze, erreichen kann und was man alles umsetzen kann. Im Detail, wie das funktioniert und wie man einzelne Sachen umsetzt, werde ich dann in meiner Videoreihe ab Januar erklären. Es gibt eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Obwohl so viele Menschen programmieren lernen wollen, beginnt kaum jemand damit. Ich habe mich bzw. die Person gefragt, warum das denn so ist. Und als Antwort bekommt man eigentlich immer, dass Programmieren so unheimlich komplex ist. Man benötigt so viel Erfahrung, so viel Wissen. Man muss ein Nerd dafür sein. Man hat also eine ganze Menge Gründe, warum Programmieren schwer ist und deswegen nicht gelernt werden kann. Ich habe einfach mal darüber nachgedacht und mir überlegt, warum Programmieren für Außenstehende so komplex wirkt. Und bin darauf gekommen, dass sie eigentlich recht haben. Man hat ein Frontend zur Darstellung und Eingabe von Daten. Man hat ein Backend, ein Middleware, wo die Daten verarbeitet werden, Programmlogik ausgeführt hat. Und man hat meistens noch irgendein Speichersystem, in dem die Daten abgelegt werden können, in dem die Daten manipuliert werden können und so weiter. Das ist eigentlich die einfachste Version von einem Programm. Man hat eine Speicherstelle, man hat eine Verarbeitungsstelle und man hat eine Eingabe- und Ausgabestelle. Unter dem Aspekt haben die Leute natürlich vollkommen recht und Programmieren ist wirklich komplex, weil man unterschiedlichste Aspekte kennen muss. Und ich habe mir überlegt, welche Möglichkeiten man besitzt, um diese Komplexität auf ein Minimum zu reduzieren. Bin dabei auf ein Tool gestoßen, bei dem die wenigsten vermutlich jetzt an Programmieren denken. Zum einen hat Google Tabellen schon eine Oberfläche. Das heißt, man hat eine Möglichkeit, Daten einzugeben und sich Daten oder Ergebnisse ausgeben zu lassen. Dadurch, dass Google Tabellen eine Tabellenkalkulation ist, kann sie Daten per se schon mal speichern. Das heißt, von den Komplexitätsebenen fällt schon mal die Speicherebene und die Eingabe- bzw. Ausgabeebene raus. Man kann mit Google Tabellen sich eigentlich auf den Kern der Softwareentwicklung konzentrieren, nämlich auf die Abbildung von Algorithmen und von Logik. Neben dieser Basisvereinfachung hat Google Tabellen natürlich noch eine Reihe von weiteren Vorteilen. Google Tabellen ist unabhängig vom Gerät. Egal, ob man es auf dem Desktop, auf dem Tablet oder auf dem Handy anwenden möchte, überall ist Google Tabellen entweder als App oder im Browser verfügbar. Das bedeutet, es ist auch wirklich überall verfügbar, egal welches Betriebssystem man benutzt, egal wo man sich gerade befindet. Man kann es einfach verwenden und ist darüber hinaus auch noch kostenlos. Wenn man eine Tabelle dann so aufgebaut hat, wie man sie haben möchte, mit der eigenen Logik versehen hat und sogar eine Datendarstellungsausgabe, dann kann man seine Google Tabelle sogar einfach teilen und Zugriffsrechte definieren. Mit Partnern zusammen kann man sogar kollaborativ arbeiten. Das bedeutet, dass man ein Dokument zusammen zur gleichen Zeit bearbeiten kann. Und durch Google Apps Script ist es sogar erweiterbar und man kann die Funktionalität praktisch bis ins Unendliche ausbauen. Natürlich hat man bestimmte Limitierungen, aber wenn man gerade anfängt zu programmieren, dann sind diese Limitierungen vernachlässigbar. Es geht ja eher darum, dass man ein Gefühl dafür bekommt und dass man sieht, dass man schnell Ergebnisse erreichen kann. Damit man effizient mit einem Tool arbeiten kann, muss man natürlich das User Interface kennen. Wir kennen es alle, die typische Tabellenkalkulation. Wir haben Zeilen und Spalten und dort, wo sich eine Zeile mit einer Spalte kreuzt, hat man eine sogenannte Zelle. Man kann diese Zellen und die Dateninhalte der Zellen unterschiedlich formatieren. Man kann Berechnungen vornehmen, man kann Funktionen aufrufen, man kann, weil es eine Tabelle ist, diese auch filtern. Man kann Graphen einbauen und man kann eben auch eigene Skripte verwenden. Im Detail sieht die Oberfläche sehr, sehr, sehr einfach aus. Das Rot markierte sind also die Spalten, das Gelb markierte die Zeilen und das Hellblaue ist eine Zelle. Die Zelle in dem Fall heißt F4, weil es in der Spalte F und in der Zeile 4 liegt. Ansonsten ist das User Interface sehr übersichtlich. Man hat unterschiedliche Formatierungsoptionen in der Formatierungsleiste. Man hat unterschiedliche Tools in der Menüleiste, die man nutzen kann. Und man kann beliebig viele Datenblätter hinzufügen, dort Daten zwischenspeichern und in anderen Tabellenblättern auf diese referenzieren. Weil es sich um eine Tabellenkalkulation handelt, hat man natürlich auch unterschiedliche Datentypen, die von dieser Tabellenkalkulation unterstützt werden. Das sind zum einen die Zeichenketten, zum anderen natürlich die Zahlen und es gibt unterschiedliche Datumsformate. Diese Datentypen sind relevant für die unterschiedlichen Arten von Verknüpfung und natürlich die einzelnen Parameter innerhalb von Funktionen. In diesem Beispiel habe ich einfach mal alle Datentypen aufgezeichnet. Das sind also zum einen die Strings, die sogenannten Zeichenketten, alles was geschrieben ist und was zusammengehört. Das sind die Zahlen natürlich. Das umfasst alle Elemente der reellen Zahlen, egal ob sie ganze Zahlen sind, ob sie im negativen Bereich sind oder im positiven Bereich und irgendwelche Doubles oder ähnliches. Und man hat natürlich das Datum mit seinen unterschiedlichen Formaten, die durch Google Sheets unterstützt werden. Mit diesen Werten kann man dann natürlich auch unterschiedliche Berechnungen durchführen. Jeder weiß, dass wir zwei Werte miteinander addieren können. Bei Strings funktioniert das logischerweise nicht, dann kommt ein Fehler. Bei Strings heißt dieses Addieren oder das Zusammenfügen, das Konkatenieren und wird mit einem kaufmännischen und abgebildet. Wenn wir also zwei Zellen mit einem kaufmännischen und verbinden, dann wird daraus automatisch ein String. Das gleiche passiert auch, wenn wir zwei Felder mit Zahlenelementen verknüpfen, auch dann entsteht ein String. Und wir können natürlich auch beliebige Verknüpfungselemente dazwischen machen. Hier in dem Beispiel aus Hallo Welt eben noch mit einem Leerzeichen den entsprechenden Satz Hallo Welt bilden. Anhand der Darstellung einer Zahl innerhalb der Zelle können wir erkennen, welchen Datentyp die Tabellenkalkulation für diese Zelle hinterlegt hat. Wenn ein Datentyp rechtsbündig geschrieben ist, ist es eine Zahl. Wenn ein Datentyp links steht, dann ist es normalerweise eine Zeichenkette. Wir können natürlich die Formatierungsregeln überschreiben und auch eine Zeichenkette rechtsbündig schreiben. Aber wenn wir keine Umformatierung vorgenommen haben, ist das die Regel. Linksbündig ist es ein String oder eine Zeichenkette. Rechtsbündig ist es eine Zahl. Dieses Wissen können wir auch bei einem Datum verwenden. Wir sehen, dass das Datum rechtsbündig geschrieben wird. Intern wird das Datum also als Zahl behandelt. Das sehen wir auch, wenn wir Kalkulationen mit Daten durchführen. Wenn wir zwei unterschiedliche Datumsfelder miteinander addieren, bekommen wir einen Zahlenwert raus. Der Zahlenwert entspricht den Tagen, die vergangen sind seit dem 30.12.1899. Das können wir relativ einfach ermitteln, indem wir eine interne Funktion nutzen, nämlich die ToDate, und schauen, wann das Datum bei dem Wert 0 beginnt. Das ist eben der 30.12.1899. Uhrzeiten werden im Sinne dieser Datentypisierung mit Nachkommastellen dargestellt. So ergibt 12 Uhr zum Beispiel 0,5, wenn wir eine Kalkulation durchführen. Wenn man diese drei Datentypen kennt und verinnerlicht hat, was die Besonderheiten eines einzelnen Datentyps sind, dann kann man diese sehr effizient in einer Tabellenkalkulation einsetzen. Diese Datentypen können als Parameter innerhalb von Funktionen eingesetzt werden. Sie ermöglichen dadurch unterschiedliche Berechnungen und Abfragen. Und innerhalb von Google Sheets gibt es eine Reihe von Funktionscluster, die unterschiedliche Aufgaben erledigen. So kann man mit Google Sheets eine dynamische Datenbank aufbauen. Man kann Daten von anderen Quellen, also Remote-Daten, abfragen, zum Beispiel von irgendwelchen APIs. Man kann logische Verknüpfungen herstellen. Natürlich mathematische Berechnungen, weil es eine Tabellenkalkulation ist. Aber man hat auch unterschiedliche Operationen für Zeichenketten, wie zum Beispiel alle Buchstaben groß schreiben, alle Buchstaben klein schreiben, geben ja einen Teil der Zeichenkette und ähnliches. Und man kann auch Typenumwandlungen vornehmen, wie wir im Beispiel gesehen haben. Man kann also aus Zahlen auch Strings machen, Zeichenketten oder auch umgekehrt. Um einmal das Prinzip der Funktion zu verdeutlichen, habe ich mir die Google Sheets-Funktion XPass rausgesucht. Mit dieser XPass-Funktion kann man sehr, sehr, sehr einfach von einer URL ein bestimmtes Datenelement extrahieren und dieses analysieren. In dem Beispiel habe ich einfach mal zwei URLs ausgesucht, habe einen XPass definiert. Das bedeutet, ich möchte von diesen URLs den Titel, der angegeben ist, extrahieren. Und mit der Nutzung der Funktion ImportXML kann ich diesen XPass von der URL abfragen. Der erste Parameter von ImportXML ist entsprechend die URL und der zweite Parameter ist der XPass, also die Dateninformation, die extrahiert werden soll. Durch den XPass //title kann ich also den Titletag extrahieren und mir die Informationen, die innerhalb des Titletags steht, darstellen lassen. In der Zelle D4 können wir also sehen, dass der Titletag von der URL gefruckelt.de gefruckelt.de aus dem Leben eines Softwarearchitekten heißt. Analog dazu sehen wir in Zelle D5 den Titel von einer Unterseite. Mit diesen Informationen können wir auch das erste Real-World-Beispiel uns anschauen. Mit der Funktion len können wir schauen, wie viel Zeichen eine Zeichenkette besitzt. Wir fragen in der Zelle E4 also ab, wie lang ist der Titel der Seite gefruckelt.de und wir erhalten als Ergebnis 55 Zeichen. Bei dem zweiten Beispiel erhalten wir die Länge von 78 Zeichen und mit einer bedingten Formatierung können wir jetzt sogar noch hervorheben, ob ein Titel genau die richtige Länge hat oder eben zu lang ist. Um eine solche bedingte Formatierung einstellen zu können, muss man einfach auf Format gehen. Dort hat man den Menüpunkt Bedingte Formatierung und kann dann seine Regeln eingeben. Die Regel, die ich definiert habe, ist, solange der Wert kleiner als 60 Zeichen ist, ist alles in Ordnung. Falls er eine Länge zwischen 60 und 70 Zeichen ist, dann soll der Wert gelb markiert werden, denn es kann sein, dass er in den Suchergebnissen manchmal nicht korrekt erscheint. Ist der Wert größer als 70 Zeichen, dann ist er definitiv zu lang, um komplett in den Google-Suchergebnissen angezeigt zu werden und der Wert erscheint rot. Man kann also mit wenigen Befehlen tatsächlich das erste echte Beispiel kreieren, wenn man seine Redaktion überprüfen möchte oder vielleicht seine Titel optimieren möchte. Dann benötigt man nur eine Reihe von URLs, die man dann prüfen lassen möchte, kann den X-Pass entsprechend definieren, lässt sich die Daten von Google Sheets extrahieren und kann seine Analysen darauf ausführen. Mit der Funktion Import XML konnten wir die Daten einer URL auslesen und diese verarbeiten. Die Spezifikation von X-Pass hat uns dann dabei unterstützt, dass wir ein einzelnes Datenelement auslesen und verarbeiten konnten. Grob gesagt kann man sagen, dass X-Pass eine Abfragestruktur für sogenannte Baumdaten ist. Ein typisches Beispiel ist die Verwendung in HTML. Dort kann man diese zum Beispiel auch im Rahmen von CSS-Selektoren oder JavaScript-Selektoren verwenden. Schauen wir uns nun noch ein weiteres Funktionsbeispiel an. In diesem Beispiel verwende ich die Funktion Import Feed. Dieses ist dazu geeignet, wenn man ein RSS-Feed hat, um diesen zu analysieren und darzustellen. Dazu gebe ich in der Zelle B2 eine Feed-URL ein und in der Zelle B5 habe ich den entsprechenden Funktionsaufruf implementiert. Als Ergebnis erhalte ich alle Datensätze, die innerhalb dieses RSS-Feeds drinstehen und kann diese analysieren. Neben dem Titel und der URL erhalte ich natürlich das Datum aus dem Feed und auch die Information, welcher Inhalt im Feed gespeichert wird. Neben der Verwendung bei Newsfeed kann man diese natürlich auch für sonstige RSS-Feeds von Blogs nehmen oder auch natürlich RSS-Feeds, die von Podcasts geliefert werden. Wenn ich die URL einmal ändere, sieht man auch direkt, wie der neue Feed geladen wird und in der Tabellenkalkulation übernommen. In dieser Übersicht erhält man jetzt also den Feed von meinem Blog. Und wie wir sehen können, gibt es kein standardisiertes Ausgabeformat, sondern die Reihenfolge der Daten, wie sie im Feed erscheinen, ist auch relevant für die Ausgabe in der Tabellenkalkulation. Ein typisches Anwendungsbeispiel wäre ein Blog. Solltet ihr unterschiedliche Redakteure haben, könnt ihr so die neuesten Artikel auf unterschiedliche SEO-Kennzahlen überprüfen. Ist der Titel gesetzt, ist der Inhalt gesetzt, gibt es eine Mindestlänge vom Inhalt und ihr könnt sogar prüfen, ob im Inhalt zum Beispiel die Autorenbox vorhanden ist und so weiter. Dies ist aber nicht der einzige Anwendungsfall von den Importfunktionen. Ihr könnt beispielsweise so auch eure Sitemap analysieren und automatisch auf Fehler validieren lassen. In diesem Beispiel lade ich die Sitemap-XML von meinem Blog, lasse mir alle Artikel, die der Blog hat, auflisten und kann entsprechend schauen, okay, über die Funktion Import-XML, wie lautet der Titel und wie lautet die Description von den einzelnen Inhalten. Wenn ich diese Funktion einfach kopiere, bekomme ich entsprechend auch die Daten von den anderen Inhalten. Auf diese Daten können wir nun weitere Analysen durchführen. Wir können beispielsweise wieder prüfen, hat der Titel die richtige Länge, ist die Description lang genug, gibt es in der Description bestimmte Call-to-Action-Elemente, die unbedingt drin sein müssen und so weiter und so weiter. Die Einsatzmöglichkeiten von solch einfachen Analysen sind fast unendlich. Wieso sage ich fast unendlich? Weil wir hier tatsächlich an eine erste Limitierung kommen, denn die Import-XML-Funktionen können nicht beliebig oft in einer Cheat eingesetzt werden. Wenn ich die Import-XML sowohl vom Titel als auch von der Description einmal für alle Spalten übernehme, können wir ziemlich gut erkennen, dass es bei einigen keine Werte gibt, weil die Import-XML eben einer Limitierung unterliegt, die sagt, dass nur eine bestimmte Anzahl von URLs aufgerufen werden dürfen in einem bestimmten Zeitfenster. Mit einfachen Handgriffen kann man diese Limitierung jedoch umgehen. Dann reicht es aber nicht mehr, die Funktion einzusetzen, die einem die Tabellenkalkulation zur Verfügung steht, sondern man muss dann anfangen, seine eigenen kleinen Skripte zu schreiben. Bei Google Cheats heißen diese kleinen Skripte AppScript. Das ist eine kleine, selbstentwickelte Programmiersprache, die sehr, sehr, sehr stark an JavaScript angelehnt ist und die man eben für seine Tabellen einsetzen kann. Durch die Möglichkeit, eigene Skripte zu schreiben, kann man natürlich komplett eigene Funktionen schreiben, die eine Vielzahl von Anwendungsfeldern abdecken können. Google Apps Script kann man einsetzen, indem man auf Tools geht und dort den Skript-Editor auswählt. Man bekommt dann so eine kleine entwicklungsähnliche Oberfläche. In dieser kann man Funktionen definieren und man kann auf unterschiedliche Logik-Apps von Google Apps Script zurückgreifen. In dem Beispiel möchte ich einfach erfahren, ob ein Status-Code von einer URL den erwarteten Status-Code entspricht. Dafür nutze ich die URL-Fetch-App. Damit kann ich eine URL abrufen und die Information, die mich interessiert, ist der Response-Code, also der Status-Code, der von dieser URL erzeugt wird. Sobald ich das Skript einmal geschrieben habe, kann ich den Funktionsaufruf innerhalb meiner Tabellenkalkulation verwenden. Damit du ein Gefühl dafür bekommst, habe ich einmal eine Reihe von unterschiedlichen URLs in diese Tabelle eingetragen und jeweils den Status-Code von diesen URLs abgefragt. Dafür habe ich in der dazugehörigen Zelle eben meinen Funktionsaufruf Get-Status-Code eingegeben und auf die Zelle mit der URL referenziert. Wie wir sehen können, wird der Status-Code auch entsprechend abgefragt. Wenn wir hier die richtige URL hinschreiben, nicht mehr HTTP, sondern HTTPS, dann erzeugt diese URL auch einen 404-Fehler und wir erwarten, dass hier auch gleich 404 erscheint. Mit dieser Funktion als Basis können wir sogar unser eigenes kleines Uptime-Monitoring programmieren. Wir können schauen, ob unsere URLs verfügbar sind und den richtigen Status-Code zurückliefern. Um ein einfaches Uptime-Monitoring zu implementieren, müssen wir noch einen Erwartungswert definieren. Das habe ich in der Spalte D eingefügt. Jeweils den Wert, den ich erwarte, der von der URL ausgeliefert wird. Mit der IF-Funktion habe ich eine kleine Bedingung geschrieben. Sollte das Ergebnis mit meinem erwarteten Zustand übereinstimmen, dann schreibe ich ein Häkchen, sollte es nicht passen, dann dieses Baustellenzeichen, damit man eben erkennen kann, okay, an der Stelle muss etwas getan werden oder ist etwas nicht korrekt. Damit die Felder noch mehr hervorgehoben werden, habe ich wieder eine bedingte Formatierung eingefügt und diese bedingte Formatierung entsprechend so verfasst, dass wenn das Häkchen im Text drin steht, wird die Zelle grün formatiert. Sollte das Werkzeugsymbol im Text enthalten sein, dann markiere diese Zelle bitte rot. Mit dieser einfachen Visualisierung können wir sogar bei einer Vielzahl von URLs einen sehr schnellen Überblick über deren Status erhalten. Und um einmal zu verdeutlichen, wozu Apps Script noch in der Lage ist, habe ich noch ein weiteres Beispiel erstellt. Dies ist ein einfaches Instagram-Skript, mit dem ich nach einem Tag suchen kann und mir werden alle Bilder, die zu dem Tag passen, entsprechend dargestellt. Schauen wir uns als erstes das Skript über den Skript-Editor an. Auch in diesem Fall habe ich wieder die URL-Fetch-App verwendet. Damit rufe ich eine URL eben auf Instagram auf, extrahiere die Daten, die mir zurückgeliefert werden und diese Daten gebe ich entsprechend in der Tabellenkalkulation aus. Der Funktionsaufruf wird in der Zelle B3 ausgeführt und wenn ich beispielsweise nach dem Tag Marketing Underground suche, einer Konferenz, die vor kurzem in Berlin stattgefunden hat, mit diesem einfachen Skript habe ich jetzt also die Möglichkeit, alle Bilder, die den Tag Marketing Underground besitzen, in meiner Tabellenkalkulation darstellen zu lassen. Neben dem eigentlichen Inhalt kann ich sehen, wie viele Kommentare das Instagram-Bild erhalten hat, wie viele Likes, wie die Bild-ID lautet und auch wie die URL zu dem Bild aussieht. Mit wenigen Zeilen Code habe ich mir nun eine Möglichkeit geschaffen, ein Social-Media-Netzwerk schnell nach meinen Bedürfnissen auszuwerten. Mit diesem letzten Beispiel wollte ich noch einmal verdeutlichen, wie man wirklich mit wenigen Zeilen Code schnell zu Ergebnissen kommt und je nach Kreativ wirklich unendliche Anwendungsfälle abdecken kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr denkt, dass dieses Video euren Netzwerken Mehrwert bringt, dann teilt dieses auch gerne fleißig. Ich freue mich auf eine angeregte Diskussion in den Kommentaren und weitere Videos zu diesem Format gibt es wie gesagt ab Januar. Um kein weiteres Video zum Thema Programmieren lernen zu verpassen, abonniert doch gerne meinen Kanal oder tragt euch in meinen Newsletter ein, denn dort erhaltet ihr auch noch weitere interessante Informationen rund um die Erstellung und die Möglichkeiten mit Google Cheats. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Jens Altmann